Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei SmartChecker TV. Wie schnell ist das mobile Internet eigentlich aktuell maximal und wie schnell wird das mobile Internet in Zukunft sein? Wir sprechen hier schon über 5G. Darum geht es im heutigen SmartChecker TV Ratgeber. Wir haben das mobile Internet jetzt schon seit circa 15 Jahren. Am Anfang war es eher etwas, was wirklich nicht viele brauchen und nur wenige genutzt haben. Mit GPRS, dann kam irgendwann Edge und es wurde langsam mehr verbreitet und mit UMTS hat es dann voll eingeschlagen. Und irgendwann war es ein Muss für jeden und gerade befinden wir uns beim LTE 4G Standard. Die Geschwindigkeiten haben sich mit diesen Standards immer mehr gehoben und heute sind wir schon bei maximal 300 Mbits. Man kann also heute schon Verträge abschließen, die deutlich schneller sind als die DSL Leitung zu Hause. Und diese Steigerung hört auch in der Zukunft auf keinen Fall auf. Der aktuell höchst vertriebene Standard ist LTE 4,5G oder auch LTE Advanced. Mit diesem Verbindungsstandard kommt man nämlich auf Geschwindigkeiten von bis zu 375 Mbits. Doch die wenigsten Smartphones und Geräte kommen überhaupt über eine Geschwindigkeit von 300 Mbits hinweg. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung, dass die Hardware erstmal mit diesen hohen Verbindungsstandards mitgeht. Das dauert natürlich auch seine Zeit. Dieses LTE Advanced soll 2018 für den Massenmarkt bereit sein und dann wird es wohl auch immer mehr Geräte geben, die diesen Standard unterstützen. Aber das ist noch lange nicht das schnellste, was sich gerade in Entwicklung befindet oder getestet wird. Denn es wird auch schon an 5G gearbeitet. Und da hat die Telekom zusammen mit dem chinesischen Hersteller Huawei einen Test durchgeführt und Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich erreicht. Also eine Geschwindigkeit von 1,22 Gigabits. Das ist unfassbar schnell. Dieser Rekord wurde allerdings gar nicht so viel später schon wieder von den beiden geknackt und es wurde eine Geschwindigkeit von 2 Gigabits erreicht. Und das sind ja erst die ersten Tests. Der 5G-Standard soll für Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 25 Gigabits sorgen. Das kann man sich ja irgendwie kaum vorstellen. Aber vielleicht können wir uns gerade auch kaum vorstellen, was in den nächsten Jahren wirklich noch mit dem mobilen Internet passieren wird. Denn gerade nutzen wir es hauptsächlich auf unseren Smartphones. Aber was passiert, wenn alle anderen möglichen Gegenstände, die wir nutzen, noch dazukommen? Wie zum Beispiel Autos. Mobiles Internet ist für die Zukunft wirklich wichtig, um Dinge miteinander zu vernetzen. Sei es jetzt ein Auto mit dem Zuhause, warum auch immer, zum Beispiel mit der Garage, Haushaltsgeräte. Das alles muss miteinander kommunizieren und das auch möglichst schnell. Und wenn es dann zum Beispiel irgendwann an Autos mit Autopiloten geht oder dass Autos untereinander kommunizieren sollen, dann geht es ja um wirklich Bruchteile von Sekunden, in denen sie das tun müssen. Und das ist nur mit immensen, ja, Übertragungsgeschwindigkeiten möglich. Und da ist 5G auf jeden Fall der Schritt in die Richtung, dass die Voraussetzungen vom mobilen Internet gegeben ist. Also wartet euch schon mal, wenn ihr noch einen 3G-Vertrag habt, vielleicht auch einen schnellen, womit ihr 40 Embits oder ähnliches erreicht. Die Standards werden jetzt immer schneller und bald seid ihr im Steinzeitalter mit eurem Vertrag. Aber das ist ja auch ein bisschen Schwachsinn. Solange alles noch gut funktioniert, was man gerade machen möchte, wie Musikstreaming, Videostreaming, ist man ja erstmal gut bedient. Aber man kann echt gespannt bleiben, was jetzt die Zukunft bringt und wo für diese hohen Übertragungsgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Ich bin sicher, nicht nur für Smartphones. Das war es vom Smartchecker TV Ratgeber, den ihr auch gerne nochmal im Internet nachlesen könnt, nämlich auf smartchecker.de im Ratgeberportal. Dort sind auch noch andere zahlreiche Ratgeber um die Themen Smartphone und Mobilfunk. Vielleicht findet ihr ja noch was Interessantes. Das war es von dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann!